Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu diesem Wunschpartner Kurzorakel. Wir wollen heute die Frage beleuchten, was dein Wunschpartner, deine Wunschpartnerin, dir im Moment seelisch ausrichten möchte. Ich betone extra, dass seelisch, weil es sein kann, dass es im Moment und vielleicht auch in der nächsten Zeit gar keinen weltlichen Kontakt zwischen dir und deinem Wunschmenschen gibt oder geben wird. Deswegen schauen wir, wie dein Wunschmensch im Moment auf Seelenebene zu dir steht und was dein Wunschmensch dir auf Seelenebene gerne mitteilen möchte. Ich möchte zur Definition eines Wunschpartners, einer Wunschpartnerin auch noch hinzufügen, dass es für mich dabei nicht nur um Menschen geht, die ich bereits kenne oder vielleicht gerade kennengelernt habe und jetzt darüber nachdenke bzw. mir wünsche, mit diesen Menschen in eine Partnerschaft zu kommen, sondern ein Wunschpartner, eine Wunschpartnerin, das sind für mich auch Menschen, die noch in der Zukunft liegen, also die ich real noch gar nicht getroffen habe, aber von denen ich bereits, nun sagen wir mal, so eine Art Herzvision habe. Ich habe bereits Impulse von diesen Menschen erhalten. Ich habe bereits Ideen, Eindrücke, vielleicht Träume. Auch hier, wir reden über etwas sehr Seelisches. Es geht da weniger um quasi so Gedankenstrukturen, wo wir sagen, das hätten wir jetzt alles gerne. Ja, dieses Aussehen, dieses Einkommen, diese Größe und so weiter und so fort, was auch immer man sich ausdenken kann. Nicht, dass das unwichtig wäre, aber ich meine mit diesen Herzvisionen, dass man manchmal schon im Vorhinein spürt, wer als nächstes oder wer bald kommt. Ja, und dass man dadurch, dass sich das auch oft gut anfühlt, diesen Menschen auch schon im Visier hat. Ja, schon darüber nachdenkt, obwohl es noch gar kein Gesicht dazu gibt, noch keine Stimme, noch kein Körper, weil ihr euch noch nicht begegnet seid. Trotzdem sind auch das für mich Wunschpartner, Wunschpartnerinnen. Nur so als Info, damit du schauen kannst, wo stehst du denn gerade und fällst du denn überhaupt in unsere kleine Reisegruppe hier für diese Legung. Also, wenn du gerade ein Wunschpartner-Thema hast und gerne eine Botschaft erfahren möchtest, dann lade ich dich ein, eins der drei Symbole auszuwählen. Entweder den Rosenquarzengel, den Pinienzapfen-Rest und als drittes habe ich noch einen Stein. Du kannst das Video gerne anhalten und dich reinfühlen. Und ich würde jetzt einfach von links nach rechts durchgehen mit der Legung. Und ich lade dich auch ein, selbst wenn du ein Symbol gewählt hast, auch bei den anderen zu schauen, ob dort noch etwas für dich mit drin steckt. Spür da einfach immer wieder rein, hör da auf deine Intuition, was ist für dich stimmig und was ist vielleicht nicht für dich, aber für einen anderen Menschen bestimmt. Das ist eine allgemeine Legung. Und das kann sein, dass da einfach vielleicht auch kreuz und quer für dich wichtige Botschaften liegen. Gut, dann würde ich sagen, ich beginne mit dem Engel. Und als allererstes löse ich die Botschaft auf. Ich habe, bevor ich die Karten gemischt und gezogen und gelegt habe, mich intuitiv reingespürt und drei Botschaften empfangen. Deswegen sind das jetzt auch drei Symbole. Ich habe die aufgeschrieben und wir beginnen jetzt mit der Botschaft und dann schauen wir in die Karten, was sie erklären zu dieser Botschaft mitgeben wollen. Okay, die Botschaft für alle, die jetzt den Engel gewählt haben, lautet Lass mich bitte los. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht unbedingt der Satz ist, den du erhofft hast. Aber ich möchte dazu sagen, dass als ich den Satz reinbekommen habe, mir auch ganz klar war, dass es nicht unbedingt eine Aussage darüber ist, ob ihr beiden in eine Partnerschaft kommen werdet oder nicht. Ja, es kann sein, dass das bereits die Klarheit deines Wunschpartners, deiner Wunschpartnerin ist. Ja, dass er sie nicht mit dir zusammen sein kann oder will und sei es für den Moment, aber es dir bisher noch nicht sagen und vermitteln konnte. Aber seelisch durfte das jetzt quasi einfach durch die Karten zu dir fließen. Ja, es kann aber auch etwas anderes bedeuten. Und zwar, dass dein Wunschpartner, deine Wunschpartnerin dich bittet, deinen Fokus von ihm, von ihr wieder auf dich zu lenken. Ja, lass deinen Wunschmenschen bitte aus deiner Aufmerksamkeitsenergie frei. Ja, kümmere dich wieder um dich, wende deine Energie, deine Achtsamkeit dir zu und erlaube deinem Wunschmenschen dadurch, sich ganz frei in der Welt bewegen zu können, Entscheidungen treffen zu können, die für ihn, für sie im Moment wichtig sind. Ja, für sich selbst Zeit zu finden, in sich reinzuhören, in sich reinzuspüren, um auch klarer nach außen sein zu können. Ja, und dafür braucht dein Wunschmensch Freiraum. Ja, und energetisch kann er den nicht ganz haben, wenn du zu sehr an ihn, an sie denkst, zu sehr auf ihn, auf sie hoffst. Ja, ich möchte damit sagen, dass lass mich bitte los auch eine sehr liebevolle Botschaft sein kann. Ja, einfach nur die Botschaft dafür, dass es deinem Wunschmenschen wichtig ist, dass es dir gut geht und dass er, dass sie sieht, dass durch diese Aufmerksamkeitsverschiebung auf etwas im Außen, ja, dass dein Wohlbefinden darunter auch leidet. Und wir schauen uns einfach mal weiter, was die Denormankarten dazu sagen. Ja, da haben wir das Schiff. Also das kann es für mich auch wieder beides bestätigen. Einerseits könnte es quasi dieses Worst-Case-Szenario sein, dass dein Wunschmensch dir sagen will, ich muss weiterziehen. Ich kann nicht mit dir sein oder ich will nicht mit dir sein. Es fühlt sich nicht stimmig an oder es geht im Moment einfach nicht. Ich habe jetzt eine andere Aufgabe. Ich habe jetzt andere Dinge zu erledigen. Ich habe jetzt einen anderen Weg. Ich muss weiterreisen. Oder aber es kann auch eine Bestätigung dafür sein, dass du dich auf die Reise machen sollst. Im Sinne von komm in Bewegung. Vielleicht machst du sogar tatsächlich eine Reise, ja. Aber vor allen Dingen komm in Bewegung und spür dich mal wieder rein. Was ist denn ein Sehnsuchtsziel von dir? Was möchtest du, was wolltest du schon immer mal tun? Was hast du vielleicht durch die ganze Fragerei und Warterei auf deinen Wunschmännchen so aufgeschoben? Was kannst du jetzt angehen, womit du dich um dich selber kümmerst? Und dann just do it, ja. Geh los, setz dich aufs Schiff, komm in Bewegung und schau, was auf dieser Reise noch passiert. Auch mit deinem Wunschmännchen. Wer weiß, ob sich nicht eure Reiserouten gerade dann kreuzen, wenn du dich in Bewegung setzt, wenn du dich aufmachst. Wir schauen mal, was die Feen noch dazu sagen. Umweltbewusstsein. Also ich deute das jetzt so, dass es hilfreich für dich sein kann, wenn du ganz ins Jetzt kommst, wenn du dich umschaust, wenn du schaust, was ist denn alles schon da, was umgibt mich denn, ja. Und dass du deine Umwelt bewusst nutzt, dass du bewusst nutzt, was bereits da ist. Dass du nicht so sehr daran haftest, was nicht da ist, nämlich diese Wunschpartnerschaft, sondern dass du mehr wieder zu dem zurückfindest, was bereits da ist. Was ist in deinem Leben bereits da? Was dir Freude macht, was dir gut tut, was dir Geborgenheit vermittelt, was dich in Bewegung bringt, was dich auf deinen auch spirituellen Weg bringt. Und was ist bereits da? Schau dich um. Du wirst etwas finden, sagen mir die Feen. Und die dritte Karte kommt aus dem Eulen-Glückseligkeiten-Orakel. Und die Eulen wollen dir sagen, was du tust, muss nicht immer Sinn machen. Manchmal reicht es schon, wenn es einfach Spaß macht. Ja, das unterstreicht jetzt für mich das bisher Gesagte. Fokussier dich auf deine Freude. Komm in Bewegung und tu etwas, was dir Spaß macht, was dir Freude macht, was dich leicht macht. Und diesen Wunsch deines Wunschmenschens, ihn loszulassen, der erfüllt sich dann automatisch und leicht. Du musst gar nicht an dir arbeiten, den anderen loszulassen. Sondern es geschieht leicht, wenn du einfach nur deine Energien wieder auf dich zurückziehst und unter anderem Dinge tust, die dir Freude machen. Okay, soviel zum Engel. Dann kommen wir mal zum Pinienzapfen. Welche Botschaft hat dein Wunschmensch für dich auf Seelenebene? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Was mir da sofort reinkommt, ist die Klarheit, dass die seelische Liebe zwischen dir und deinem Wunschmenschen unabhängig davon besteht, ob ihr jemals im Leben in einer Partnerschaft sein werdet oder gar euch begegnen werdet, falls du deinen Wunschpartner, deine Wunschpartnerin noch nicht kennst. Diese seelische Liebe ist unantastbar. Und dein Wunschmensch möchte dir sagen, dass er dich liebt. Er liebt dich. Sei dir dem bitte gewiss und finde darin auch Trost. Auch wenn es schmerzhaft sein kann, so auf physischer Ebene nicht mit dem Wunschmenschen zusammen zu sein. Aber spür mal diesen Funken in dir, der auch weiß, dass du geliebt bist. Der das weiß. Wir schauen mal, was die Ennemonkarten dazu sagen. Und da haben wir den Bär. Und das bedeutet für mich an dieser Stelle einfach, eine ganz tiefe, unerschütterliche Gewissheit in dir zu spüren, dass du geliebt bist. Ja? Und das kannst du einerseits dadurch, dass du dich quasi mit deinem Wunschmenschen verbindest auf Seelenebene, und da diesen Satz hörst, den dein Wunschmensch dir da seelisch sagen will. Und den kannst du aber auch einfach in dir, in deinem Herzen als Gewissheit führen. Ja? Also du brauchst ihn auch nicht dafür, um das zu wissen, dass du geliebt bist. Ja? Also der Bär heißt für mich schon auch, dass es so eine unerschütterliche Gewissheit von außen gibt. Das, dass er dir das sagt, das ist eine unerschütterliche Gewissheit. Aber es geht für mich, so bekomme ich das jetzt intuitiv rein, vor allen Dingen darum, dass du der Bär, die Bärin bist. Dass es in dir unerschütterliche Gewissheit ist oder wird. Und ich gucke gleich mal, was die Feen dazu sagen. Innenschau. Ja, also der Heilimpuls ist, dass du vor allen Dingen dieses Ich liebe dich, also dieses Du bist geliebt, Du bist ein lebenswertes, wundervolles Wesen, dass du das vor allen in dir selbst jetzt findest. Auch dafür braucht es Innenschau, Rückzug, ein Stück weit Stille und vor allen Dingen ein Sich-mit-der-Selbst-Beschäftigen. Ja? So ein bisschen ähnlich, wie wir es auch beim ersten Stapel schon hatten. Und die Olden wollen dir sagen, was wollt ihr sagen? Es wird langsam Zeit, den Platz einzunehmen, der dir zusteht. Meinst du nicht? Also in Verbindung mit diesem Ich liebe dich, kommt mir sofort das Bild eines Menschen, der um Liebe bettelt. Ja? Der es braucht, von anderen Menschen zu hören, dass sie ihn lieben. Und das klingt jetzt hart, aber seien wir mal ehrlich, wer von uns hat diesen Anteil denn nicht schon erlebt? Ja? Diesen Bettler, die Bettlerin. Diesen Anteil, der sich quasi vor den anderen wirft und darum bittet und bettet, dass der andere, die andere einen doch lieben möge, einen das doch sagen möge. Ja? Einen diesen Wunsch doch erfüllen möge. Und für mich heißt dieser Impuls der Eulen, dass es darum geht, dein Krönchen wieder aufzusetzen, wieder aufzustehen, vor keinem anderen Menschen dich mehr hinzuknien und um Liebe zu flehen, sondern in deine Größe zu gehen, dich auf deinen Thron zu setzen und in dir, in deinem Herzen ganz genau zu wissen, dass du geliebt bist. Und es geht nicht um die Frage von wem, sondern es geht um diese Tatsache, du bist geliebt und wenn du dir die Frage stellst, wer liebt mich denn, dann, dann schau da hinein, schau in dich, ja? Schau in dich, auch in deine Schatten, auch in dein Herz und sei du diejenige, derjenige, die, der sich liebt, ja? Sei du dieser Bär, diese Bären, diese unerschütterliche Gewissheit, ja? Es geht für dich darum, das jetzt vor allen Dingen in dir zu spüren und es ist gleichzeitig auch eine Seelenbotschaft deines Wunschmännchen. Wunschmännchen. Okay, dann kommen wir zum Stein. Welche Botschaft hat dein Wunschmensch für dich? Du bist in meinen Gedanken. Ja, also dein Wunschmensch denkt an dich, denkt darüber nach, wie es denn wäre, mit dir zu sein, ob das für ihn, für sie ein guter Weg ist, ob er sie dann auch partnerschaftlich für dich fühlt oder wenn ihr euch noch nicht kennt, noch nicht begegnet seid, imaginiert er sie quasi in die Zukunft, ja? Und denkt schon über dich nach, nämlich über das, was er sie schon von dir als Herzvision reinkommen hat, ja? Also dein Wunschmensch setzt sich mit dir bereits auseinander. Schauen wir mal, was die Lennon kann dazu sagen. Ja, da haben wir die Störche und das bedeutet für mich, dass es für deinen Wunschmenschen darum geht, einen Neuanfang in seinem Leben zu wagen, zu initiieren und dass es deswegen auch ganz, ganz wichtig ist, sich genau, genau, genau hineinzufühlen, ob du denn wirklich jetzt für seinen Neuanfang eine gute Begleitung bist, ja? Und da will ich jetzt gar nicht sagen, dass du nicht ein wertvoller Mensch im Leben deines Wunschpartners, deiner Wunschpartnerin bist, sondern ob eine Partnerschaft, ja? Und wir sind jetzt hier auf einer seelischen Ebene, ob eine Partnerschaft für ihn beziehungsweise sie und für dich wirklich, wirklich, wirklich zuträglich jetzt wäre, ja? Und darüber gilt es nachzudenken, darüber gilt es sich hineinzufühlen, das braucht jetzt Klarheit und Gewissheit, ja? Und es hat nichts mit dir und deinem Wert zu tun, das hat nichts mit dir und deiner Lebenswürdigkeit zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass es darum geht, dass ihr beide, er, sie, beziehungsweise du, jetzt wirklich euren Seelenweg geht, ja? Und es kann sein, dass eine Partnerschaft für euren Seelenweg gar nicht nicht so gut wäre, ja? Dass vielleicht eher eine Freundschaft oder gar keinen Kontakt zumindest für diesen Moment mehr unterstützend dabei wäre, dass ihr quasi ja, auf euren Seelenweg kommt, ja? Und die Schritte geht, die jetzt einfach auch für euch dran sind zu gehen, ja? Ich schaue mal, was die Fäden dazu sagen. Selbstvertrauen. Ja, also wie auch immer, wie auch immer, dass darüber nachdenken, dass ich rein für euch ausgehen mag, ähm, wisse einfach, du bist ein wertvoller, wundervoller Mensch und es geschieht das höchste Beste jetzt für dich, für euch beide und auch für alle, die mit euch verbunden sind, ja? Und es geht jetzt darum, dass du dich ähm, mit dir verbindest, mit deiner Kraft verbindest, dass du quasi, ähm, diese, das Vertrauen und die Sicherheit in dir spürst, dass, ähm, egal wie es jetzt weitergeht, egal wie dieser Neuanfang ausschauen mag, ob gemeinsam oder doch getrennte Wege, ähm, dass du wundervoll bist und vor allen Dingen auch, dass es einen Menschen geben wird, der, ähm, zu deinem Seelenweg auch perfekt passt, ja? Für deinen Seelenweg in diesem Moment, ja? Und es kann dein Wunschmensch sein und es kann sein, dass es ein anderer ist. Vertraue da einfach ins Leben, vertraue in deine Impulse, ähm, vertraue in das, in deine inneren Klarheiten, okay? Und die Eulen wollen dir sagen, niemand tanzt wie du, keine lacht wie du, und kein anderer fühlt wie du, wie auch, du bist einzigartig, ja, also, wisse, egal wie es jetzt weitergeht, ähm, du bist wundervoll und es geht auch darum, dass du jetzt deine Einzigartigkeit nochmal tiefer spürst, nochmal tiefer lebst und dadurch wirst du deinem Wunschmenschen auch helfen, zu erkennen, ähm, ob eure Wege zusammengehören oder nicht und andersrum wirst du dir auch selber natürlich helfen, das zu erkennen, ja? komm in deine Einzigartigkeit und du wirst auch selber, ähm, Impulse bekommen und spüren, ähm, ob dein Wunschmensch für deinen Neuanfang, für deinen Seelenweg jetzt auch wirklich der richtige Partner, die richtige Partnerin wäre, okay? Und um das rauszubekommen, geht es weniger darum, alles zu analysieren und wenn und aber und hätte, ja? Du, es, natürlich, Gedanken sind da, ja, ja, aber es geht mehr darum, sich ganz authentisch auszudrücken und zwar für beide Seiten, ja, aber ich spreche jetzt zu dir, dich ganz authentisch auszudrücken, deine Einzigartigkeit zu leben und dem Leben zu vertrauen, da kommt wieder die Selbstvertrauenskarte, dem Leben zu vertrauen, dass wenn du dich in deiner Einzigartigkeit ausdrückst, auch der richtige Partner zur richtigen Zeit kommen wird, ja? und wenn du Glück hast oder das wünsche ich dir zumindest, wenn das dein Wunsch ist, dann ist es auch dein Wunschpartner, deine Wunschpartnerin für den, für die du jetzt im Moment gelegt und gefragt hast, okay? Ja ihr Lieben, ich hoffe es war was für euch dabei, ich freue mich sehr über Kommentare, darüber was euch bewegt hat, was ihr jetzt mitnehmt und auch gerne Anregungen für zukünftige Videos, denn ich mache die Legungen schließlich für euch und nehme deswegen gerne auf, was euch gut tut und wo ihr gern Impulse und Hinweise hättet, dann schicke ich euch eine Herzumarmung und wünsche euch eine ganz wundervolle Zeit, bis dann! Bis dann!